6.10 Uhr Hallihallo und Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dead by Daylight! Survive with friends! Ja, Folge Nummer 7 müsste es ungefähr sein oder Nummer 8 mäßig jetzt, ne? Aber es hat auch scheiße gehabt, verreckend haben wir es sowieso. Oder vielleicht auch nicht. Und heute mit dabei die liebe Chipsy und als Gast der liebe Opate. Hallöle! Hallo. Hallo. Seid ihr bereit zu sterben? Sowieso. Alles klar. Ja. Entschuldigung. Aber keine Angst, keine Angst. Wir haben ein paar Sni-Müppen auf Sni dabei. Schmerztabletten. Alkohol. Und... Mullbinden. Ja, habt ihr zwei Eifte. Spritzen für die ganz harten Fälle. Ferne Spritzen. Hallo. Ja, und mit dabei natürlich als vierter Mann, den ihr jetzt nicht sehen könnt, weil er hinten im Gebüsch sitzt, ist der... Genau, der Donald. Das ist ein Schild. So. Alles klar. Na komm. Morphine is on. Die Pupskissen, mach jetzt hin. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin im Stimmenbruch. Morphine is off. Morphine is off. Komm, wir werden ihn auch so intensiv noch. Go, go. Oh, komm. Backbusskissen. Na, das ist es auch. Ansonsten, glaube ich, euch geht's allen gut, liebe Zuschauer und sowas. Es sind da jetzt die kalten Monate, äh, äh, dabei gewesen hier. Immer noch dabei. Frisch dabei. Sehr frisch. Und, äh, ja, einige von uns sind auch gerade zur Seite ein bisschen kränkig unterwegs. Und, ja. Was haben wir denn da? Ha, das ist ja schon ein Wunder für mich. Hallo. So, mal gucken, wer wir mal als Keller haben. Oh. Seit mir läuft's heute, ne? Ne. Na, Chips, ich hatte schon die, äh, äh, die fünf Runden, arge Probleme mit, äh, arge Probleme irgendwie vom Haken zu kommen. Die war leicht irgendwie, äh, immer am schnellsten von der Blödsfläche verschwunden. Ja, wackeln die Schweine bei mir oben drüber. Seht ihr das? Ja, wackeln die Säle. Bei mir auch. Die sind nur zusammen, oder was? Oh, oh. Ich weiß nicht, aber mal gucken. Vielleicht müssen sie auf der anderen Seite. Da, hier, ja, wir sind klüber, also sie, sie gleich raus. Der Fallensteller. Der Fallensteller. Oh, was nehmen. Mhm. Ha, geil. Da vorne rennt die Chipsy schon wieder. In ihrem Tod. Hallo. So, na, Freund. So, na. Ja, ist gut. Du brauchst schon, ob man meine Hilfe braucht mit der Hakenengst. Ja, ja. Ich gehe zum nächsten. Alles klar, gut, hatte ich gerade erledigt. Okay, da kommt. Von wo? Von vorne, genau wo du hinrennst. Ich glaube. Ich bin mal ein kleines Bild versteckt. Ich bin mit der anderen am Generator. Oh, ja. Macht bin. Mist, er ist bei euch. Hier war mir, bei uns ist er. Ja, aber bei mir ist er. Ach so. wenn sie schnell wie du kannst ja jetzt vielleicht doch nicht scheiß gelecke schon wieder aber ich will schon mal wissen wie der genau den klaus hier bringt bei mir noch näher und jetzt bin ich trotzdem dran als die Falle aufgestellt wie immer das hat Wort wo meine dass er eine Tierarbe da war jetzt so was sind da sie erraten will ist jetzt hier denkt an das was er gesagt hat ja 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 Null Probleme du klingst du dickst als wärst du leicht unter Stress ja ich bleibe noch näher bei mir naja da war nicht wenn er bestätigt bin Vorsicht den hinter dir Vorsicht die Falle ne Pst danke komm mit mach ich mitkommen ne erst mal wegrennen ich hab gesagt komm mit naja die heilt denn schon alles da dann leck mich da am Arsch naja was machst denn du naja ich führ den mal ein bissel hier rum alter also wir müssen korte Zeichen saustellen naja ich mach mir die korte hier mach erstmal alles gut ich bin gerade auf der Suche noch ein naja da ist wohl in meine Nähe boah du hättest ihn auch entgegen Klausi Mann so ich bin dann komm ich heil mich äh fix tschipsi da hat sich beide und die alte Momente kommen lassen mich in Ruhe da haben wir auf den ganzen enormen wackelkopp, wackelzackel wackelzackel blablabla wie ist denn der fischkopp, alter? immer noch zu nah ich finde ja keinen generator, das ist ungünstig ist jemand am generator von euch? naja, ich komme gerade gut, wie weit wissen du Klaus? ich habe gerade angefangen ach so, ok, suche mich selber einen ich halte mich und leih fischkopp fischkopp? ja scheiße warte, du bist oben im haus, ne? ja seh ich hat Laune hier das kleine Haken die voll Pfosten ja genau, fisch nochmal auf mich ein verdammte Zeit konzentriert sich doch mal klaus entschuldigung ja ne, das ist, ne ach du bist bei den anderen ach, im haus drinne ist der jetzt klaus chipsi bist du entkommen ja ja du geheilt wie gibt sie denn hier? ich bin jetzt auf jeden Fall zu einem generator unterwegs, wir sagen ja ob es doch richtig ist wo du bist ja dann komm ja, ist es, alles da, mach weiter, ich bin dabei warte, ne hat schlag ich bin vorbei gerannt ah, jedes mal ja, ist fast fertig, ne wo nicht, gehst du schonmal zum Tor? naja nützt man nichts, weil, da verfolgt mich ach so ach so ach so sie lasst du doch mal Zeit Klausi, hör auf, hör auf, geh aus, nach haus raus klatsch ja gut ja 10 12 hier hängt gleich Haken, oh nein ach, darf ich mal hier den Ausgang aus Hey du Pisser lass dich in Ruhe! Oh scheiße. Ist ja eigentlich Ausgang wenn ich mal aufhör das auf. Das wird er mich aber jetzt nicht mal hinter und schleppen. Das war jetzt nicht wahr. Ja. Hier vorne geh in die Richtung weiter. Da muss irgendwo so ein rotes Kontrollpanel sein. Was wüsst'n du hier Klaus? Nein. Kau ab du dämischer Wichser. Jetzt lieg ich. Ne. Du Dreck. Oder hei schon. Wir suchen zu heilen. Da kommt. Was soll ich machen? Hau ab ich geh ich krabbel zu einer anderen. Falls ich das noch schaff. Die heilt sich nämlich auch grad selber. Danke dir. Ja. Und du immer ein paar Punkte kriegst ja aber. Hallo. Was ist denn da los? Komm her jetzt heil mich aber. Die heilt mich. Die heilt mich. Die heilt mich. Heilt mich. Heilt mich. Die soll sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Alles gut. Bei mir sein. Jetzt hau ich ab aber. Saus ich wenn du kannst hau ab aber. Hau einfach ab. Ja wenn ich wüsste wo du bist. Ja ne du darfst dich nicht nach mir richten. Du musst probieren. Wenn ich wüsste wo der Ausgang ist. Oh scheiße der Ausgang ist zu. Also ich mach jetzt grad einen Ausgang auf Klausi. Noch einen. Ja ich sag nur wenn ich wüsste wo der ist. Du musst dich am Rand aufhalten Klaus. Am Rand. Und da sind solche großen Tore. Ich bin jetzt an Ehnen und Worte auf dich. Hier rein. Ich bin am Rand unterwegs. Ja am Rand. Immer immer am Rand lang. Genau dort wo das rote Licht leist. Ja hier Klausi. Komm her. Ja ich komm. Ich komm. Und jetzt noch nicht rausgehen. Bleib hier stehen. Wir heilen uns jetzt gegenseitsch. Wegen Punkte machen. So. Das ist immer noch mit Fähigkeit checks. Denk dran ne. Und wenn er kommt. Und wenn er kommt. Hau wir auf und hauen ab. So ist. Jetzt machst du bei mir. Ja. Scheiße. Mensch mach einfach weiter. Und Bleck dann hier rum. Ist es gut. Alles gut. Alles gut. Ist ja alles gut. Ihr habt noch keinen Herzschlag. So jetzt hauen wir ab. So tschüss. Alle entkommen. Das ist richtig scheiße für den Fallenstatter. Muss ich mal sagen. Alter. Woo. Nice. Alter. Level 18. Also Rang 18. Und zwei Pips. Alter. Was ist denn da los. ist. Das war jetzt geil alter. War gut. Eigentlich hab ich dir noch gesagt. Hau einfach ab ey. Die eine war nämlich übelst nah bei mir. Und dann hab ich gesagt. Ich krabbel jetzt zu der. Ah. So jetzt machen wir gleich mal neue Ausstattung. Weil mein. Das war okay. Ja. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Mein Medikit ist weg. Aber. Ich hab noch ein neues. Ich hab mal über 10.000 geriet. Ei. Ist auf Stattung. Entschuldigung. Alter. Ich nehm mir jetzt hier in meinem Sunnykasten was lilanes mit. Blutstillungsspritze. Verringert die Einheiten um 50% um der Hälfte. Sofortige und vollständige Heilung bei Sekundärhandlung. Verringert die bei. Äh. Bei Nutzung. Das Sunny-Set. Sozusagen kann ich mich sofort heilen. Komplett. Cool. Na. Ah. Ich nehm lieber was anderes mit. Verringert beim Verwenden das. Verringert beim Verwendung des Sunny-Set. Ach so. Oh. Ich hab keine Opfer gehabt. Da müssen wir noch eine Aufgabe holen. In dem Moment. Was haben wir denn hier oben in ner geheimen Kiste drinnen? Herzmedaillen. Was macht das denn? Hast wir noch drei grüne Gegenstände gesichert, Freunde? Das war immer ne Säge. Immer ein Werkzeugkasten. Und. Äh. Äh. Dann noch. Äh. Ne. Zwei Sägen. Und eben Werkzeugkasten. Okay. Äh. Oh. Vergangen wir ab Schnee. Ich lad euch jetzt mal ein. Okay. Warte. So. Noch zwei was muss ich äh äh äh. Mit Blutpunkten ausfüllen. Und dann bin ich Level 1 fertig. Aha. Und ich bin jetzt Level 2. Na ist doch gut. Ich hatte 14.000 Punkte gehabt Hab zweimal 3.000 und ehmal 5.000 ausgegeben Und da war's das Da war's färsch Ja Das ist ja mal eins der Wahnsinn Ja, liebe Zuschauer, so schnell kann's gehen Und äh Auf zur nächsten Runde Okay Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr eigentlich so die Serie findet und so Würde uns auf jeden Fall mal interessieren Eure Feedback und so, was ihr dazu sagt Ob ihr das gut findet und so Also ist auf jeden Fall immer spannend, das muss ich auf jeden Fall sagen Und die Runde war ja jetzt mal richtig nice, Alter Ich glaub da gibt's heute Abend auf jeden Fall drei Flaschen Mod gehabt für den Fallen Shatter Weil das gar nicht fassen kann, was da passiert ist Ja, macht uns auf jeden Fall auch Spaß das Spiel Und wir sind froh, dass wir uns eigentlich so einrichten können, dass wir gesagt haben Komm Klatschen wir mit raus, weil es war wie gesagt was anderes ist Neben den ganzen Bannerspielen und sowas Und wie Call of Duty eben und alles Und äh Ja Deswegen Deswegen gibt es ein bisschen Abwechslung Mit Death by Daylight Ha, der Neon Oh, der Calls on Oh, der Calls on Hallo, du bist bereit gedrückt Also Was Oh, jetzt geht's los Das Umbau-Kommando Ja, ja Was ist mit dem Killer, Alter Ist er eingepennt oder was Ha, ist bestimmt der Fallsteller von gerade eben Oh mein Gott Oh mein Gott Der wird wahrscheinlich jetzt bloß sein Im PC sitzen noch nicht, schon wird er die drei Aber scheiß mal meine Fresse, aber ich will nicht, dass keine große Töne spucken, nicht, dass er uns eh nachher noch abnetzelt Aber Ha Ich weiß schon, warum man immer zu viert gegen einen Kinder zockt, weil der Kinder nämlich wahrscheinlich Freunde sucht oder was Das ist der Mensch auf der Mitte, der keine Freunde hat, deswegen kommt er immer zu jedem, Alter, und da los Ach, das kann ja durchaus sein, ne Nein War eine Theorie Weißt du, und die sichert ja sich, indem er so auf den Haken aufhängt, Alter Fein Ja Ja, meine So Denkweise Oh, ich bin gleich beim Generator So, Mann Ach so, bist du das hier, oder wohl, oder ist alles, ne Hallo Keine Angst, ich guck mich auf die Blüte um Ah ja, ist auch ein bisschen Traut dem Frieden näher Ich trau dir nicht Irgendjemand stand grad auf dem Berg Auf dem Berg? Scheiße Sieht aus wie der Geist Noch ist Prin Sam Nee, der Nurs ist es, alter Oh, scheiße Ja, der kann nicht verfahren, mit der Säge Hat mich hochgenommen und Aber ich retten tun dich Die macht heute noch Knochen transplantation Mit der Säge Vorsicht Vorsicht So Ich stehe dir auf den Berg Giesel Da, teleportiert Kresse Verdammt Das weiß ich Wurde helfen, Leute, ne Ja Ja Weiß nicht, ist die mit dir immer noch unterwegs, oder was Jetzt wird er ändert, ja, ja Ach, die ist doch voll, die alte, guck mal, Klausi, wer hier ist Ich grüße dich Danke Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit Ja, ich könne Schnell, 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 schnell Schnell Hierhin Hier, ja, ja, komm her Immerhin um die Ecke Oh, jetzt hierher Scheiße Es ist nächste Aufgabe, erst mal Gypsy zu retten Gut Danke 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 Pass auf, die kommen ja in eure Nähe Ja, die stinkt aber auch Ich riech das jetzt schon ein bisschen her, wirst du Ne, die hat Kulleraugen Was hat die? Äh, Kulleraugen Ja, die kann sich durch Wände teleportieren, my brain Ja, mach mal rennen, ey Ja, hallo Hallo Was ist denn da los, Alter? Wie geht denn das? Gypsy, du kleine Stresspartikel, was ist denn da los? Hallo, was ist denn da los? Komm mal her und heil mich mal Ja, wo bist denn du? Ja, ich bin beim Haus hier auch so Also, ich bin gleich tot, brauchten wir nicht mehr hermachen Äh? Hat sich erledigt? Ich finde Gypsy nicht mehr Scheiße, dreckst du Heil Heil Zweimal standes Mistfie dann vor mir, ey Ach Scheiße, Mensch Ich gib's doch nicht Es ist aber auch gut, ey. Es ist aber auch gut, ey. Es ist aber auch gut, hey, hab ich gesagt. Achso. Ich starte jetzt. Es ist aber auch gut, hey. Ach Mensch. Wo hängst du denn jetzt schon mal drauf? Mist. Ist das bei dir noch näher? Ach, scheiße. Mach den Generator. Abgerutscht, sorry. Ja, alle beide macht nur einen gleichen Generator. Jo. Ich wollte dich grad retten, Chipsy. Alles gut. Kann er mal vorkommen. So. Mach bei deinen anderen jetzt immer her. Das kann doch wohl nicht sein. Was ist denn da los, oder? Ja. Ja, die andere ist jetzt. Die ist doch voll, ey. Pfff. Wie stark die ist, ey. Mit in den Armen her. Ja, die hat übelst getrainiert, aber mit dem Bud Spencer zusammen. Ja. Ich bring die gar nicht in den Keller, oder? Ne. Ne. Eine andere war. Können wir suchen, ja. Die ist doch, der. Ich hab versucht, da Club, der Club, der Club der Club. Ah, dann ist es so dumm wie das alles. genau dagegen überhängt sie alle kommen schon mal hin das ist zu weit weg aber ich will es oder dann eine Luke suchen gehen oder was denke ich das war für die Lappen altes Pupskissen du altes Pupskissen du genau was ist denn da los oder du klüppschi du so na dann go go bei der Raben mache ich mal geduckt vorbei übrigens wenn du geduckt so läuft es klar ist bei der Raben dann fliegen die hoch und alarmieren so ne hier den Keller also immer geduckt vorbei laufen wenn du das kannst oh mein Gott hier wollen wir hier noch hier liegen ja keine fallen das ist doch mal gut auch eine oder das muss ich mitnehmen weißt du warum da habe ich mir noch ne Errungenschaft falls ich fliegen kann das heißt wenn die Alte die schöne Rohr nicht oder aber ja sehr entlaut nachher als stolz glück mir das er hat schon dicker hier gerockt da war schon so ich hab schon dickere gerockt mein Gott scheiße ich muss mir das abgewöhne herkig mir das abgewöhne herkig mir das abgewöhne fliegen das abgewöhne ich habe mich an ich bin Hier oben ist sie oben hier, verdammt, was ist denn da los? Hier ist sie. Warte, hier. Bye, bye. Ja, geil. Ja, arsgeier Errungenschaft, das ist das Ding. Von einem Freund das Zeug aufheben und mit rausbringen aus dem Spiel. Geil, Alter. Monik, du hast da was verloren, ich hab's dir mal wieder mitgebracht. Das kannst du mir mal Rippet geben, ne? Nö, das ist meine. So, alles klar, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Dann einen schönen Tag, oder? Je nachdem, was du in der Folge gesehen hast, vergesst dir eine Bewertung da zu lassen oder einen Kommentar, wenn's euch gefallen hat. Und auf jeden Fall, Däumchen ist ein Träumchen. Und bis zur nächsten Folge. Nicht sterben, bitte. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.